Hallo, hier ist euer Dutsi Dutsi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr bei AMD CPUs deutlich mehr Performance rausbekommt. So 10 FPS müssten auf jeden Fall locker drin sein. Und das ist, und zwar mit dem Tool AMD Ryzen Master. Und nein, ich werde nicht übertakten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, hier auf Profil 1 bin ich gegangen und habe das so eingestellt, wie ich das hier habe. Schaut euch das ganz gut an und stellt es am besten auch genau so ein. Hier, Kerne, deaktiviert Kerne, da kann man auch das Häkchen raus machen, wenn man will. Ich habe es halt hingemacht, damit er wirklich 0 deaktiviert. Die Geschwindigkeit habe ich so eingestellt hier, wie es auch auf Standard ist, also das ist die Standardgeschwindigkeit. Spannungssteuerung habe ich richtig rausgemacht. Zusätzliche Kontrolle habe ich Multithreading auf ausgelassen. Dann habt ihr auch kein Multithreading aktiviert. Selbst wenn ihr es im BIOS aktiviert habt, wird es dann nicht gemacht. Wichtig zu wissen. Das habe ich auch nicht gemacht, weil das hat mir überhaupt nichts gebracht. Das hier, das ist die sehr entscheidende Einstellung hier. Speicherzugriff, der ist hier auf Stand, datenmäßig so eingestellt, auf verteilt. Ich habe es auf lokal eingestellt, weil dann tut er wirklich die Kerne, die er braucht, wirklich intensiv benutzen. Und dadurch hat man dann diese höheren FPS-Werte. So, ja. Und das war es dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch AMD-Leuten helfen. Und dann sage ich da nur noch, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.